Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, oft hilft ja einmal ein Blick zurück zur Einordnung der aktuellen Situation. Vor gut drei Jahren, im Frühjahr 2014, hat das ganze Land über eine Zahl diskutiert, 23 Milliarden Euro. Im Koalitionsvertrag war vereinbart, zusätzliche Ausgaben von 23 Milliarden Euro über die gesamte Legislaturperiode hinaustragen zu können. Die Opposition, gestärkt durch viele angeblich so gut informierte Kommentatoren, haben schon das Ende von Stabilitätspolitik vorausgesagt, haben vorausgesagt, dass es dann hinterher viele Nachtragshaushalte gäbe, im alten Verständnis. Denn in der Vergangenheit war ein Nachtragshaushalt ja meistens Problembewältigung, war ein Nachtragshaushalt meistens Krisenaufarbeitung. Aber genau das ist jetzt nicht der Fall. Tatsächlich geht es mit unserem Nachtragshaushaltsplan jetzt um die Frage, wie mit größeren Spielräumen umzugehen ist. Tatsächlich haben wir inzwischen seit 2014 einen ausgeglichenen Haushalt, ohne dass wir bei den 23 Milliarden etwas gestrichen hätten, sondern ganz im Gegenteil. In der Zwischenzeit gibt es sehr viel mehr zusätzliche Ausgaben, beispielsweise für Entwicklungszusammenarbeit, Chancen für Menschen. Das ist auch ein Teil unserer internationalen Verantwortung. Zum Beispiel für die Entlastung von Kommunen. Ich nenne einfach mal die Stichworte Kosten der Unterkunft, Flüchtlingskosten, Grundsicherung im Alter, die noch viel mehr profitieren. Damit können unsere Menschen noch viel mehr profitieren von der wirklich guten Wirtschaftsentwicklung. Das trifft ja im Übrigen auch ansonsten die kommunalen Einnahmen. Das heißt, die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen der Bundesrepublik Deutschland kommen inzwischen allen aber richtig zugute. Unser Nachtragshaushalt heute hat mit Krisenbewältigung überhaupt nichts zu tun. Bereits der ursprüngliche Haushalt hatte 31,5 Milliarden Euro Investitionen vorgesehen. Die Botschaft heute durch den jetzt anstehenden Beschluss, wir stärken die Investitionen weiter. Und das in doppeltem Sinne. Das Erste, vielleicht technisch oder an den Zahlen absehbar, was natürlich auch schon wichtig ist, zusätzlich 3,5 Milliarden Euro für den kommunalen Investitionsfonds, für kommunale Bildungsinfrastruktur, etwas mit dem finanzschwache Kommunen gestärkt werden sollen. Wobei wichtig ist, das ist eine Notwendigkeit in unserem Land, um die sich der Bund hier kümmert, aber eigentlich überhaupt keine Bundeszuständigkeit. Ich glaube, das muss immer weiter noch einmal betont werden. Vor allen Dingen ist allerdings auch klar, der Bund hilft, entscheidet aber nicht darüber, welche Kommunen denn jetzt finanzschwach sind. Das bleibt weiterhin Sache der einzelnen Länder. Und insofern würde ich schon mal vorschlagen, das hört man ja in der eigenen Region schon mal immer beschwerten, noch mehr Geld wäre noch besser. Wenn es bei den Zuteilungen Probleme gibt, bitte an die jeweiligen Länder wenden. Aber über diese technische Frage, 3,5 Milliarden Euro und noch einmal an zusätzlichen Investitionen, ist, glaube ich, das Signal aus unserem Nachtragshaushalt ein noch viel, viel wichtigeres. Denn solide Finanzen, das ist mehr als eine Zahl. Solide Finanzen ist einfach ein Signal von Vertrauen, ist ein Signal für Zukunftsvertrauen und die Grundlage dafür, dass auch in Zukunft Investitionen auch im privaten Bereich getätigt werden. Ohne Vertrauen, keine Investitionen. Wir sichern mit diesem Nachtragshaushalt auch die weitere gute wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes. Denn die müssen wir erhalten, wenn wir stark bleiben wollen. Die müssen wir sichern. Deswegen ist es auch richtig, dass zusätzliche Überschüsse erst einmal in die Rücklage fließen. Man weiß nicht, wie die weitere Entwicklung ist. Dazu wird gleich Alois Klay noch einiges sagen. Unsere Aufgabe als Deutscher Bundestag muss aber doch vor allen Dingen sein, dafür zu sorgen, dass Deutschland stark bleibt. Dass Deutschland auch in Zukunft seine Verantwortung nicht nur für die eigenen Bürger, sondern darüber hinaus weltweit wahrnehmen kann. Und das, was wir heute als Nachtragshaushalt beschließen, ist ein ganz, ganz wichtiger, positiver Beitrag dafür. Deswegen bitte ich rund um das ganze Haus um Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke ist Roland Klaus. Vielen Dank.